Ich suche Verstärkung für Team Spiegelkind und das könntest vielleicht du sein. Und ich möchte dir nun erläutern, warum das eine gute Idee ist. Erstens, ich bin YouTuber mit sauvier Abonnenten, also bald. Zweitens, ich zocke auch gern, also meistens. Drittens, ich drehe Vlogs. Yo Leute, ich bin gleich fertig auf Toilette, dann geht's raus weiter mit dem Vlog. Oh Scheiße. Und viertens, ich ähm, ich trage Brat. Was für ein Argument. Gerne ein tourists, ich muss noch Eurovision bemutungen auf zu erreichen. Wo ist dasまあ wie ein� Saints, das ist eine Schwester durchs intermediust. Vielen Dank.